Und Jungs, gefällt euch meine Masche? Ja, kommt gut. 1.500 für drei ist kaum mehr als ein Backschisch. Stopp jetzt so viel, wie wir Montpellier in der Woche gemacht haben. Kaum mehr als ein Backschisch, ne? Und hör auf mit deinem komischen Getue, man glaubt, sonst du verarschst die Araber. Und du, Sisi, gib dir noch einen rein und du läufst zu Fuß nach Hause. Ich möchte dich sehen. Versuch du mal nicht an den Besoffenen zu spielen. Hier, und ja, nicht das Schweinchen reinhauen, ja? Wissen Sie, bei uns isst man keine Schweine. Es ist verboten. Ist schwer in Form, was? Ja. Kannst gerne anfangen. Nein, warte. Er muss nachdenken. Ja. Wenn jetzt auch noch anfangen nachzudenken. Wie? Was soll das denn heißen, hä? Er meint Spitzensportler und sowas. Ah. Was ist denn das für eine Komitur? Das passiert immer, wenn man nachdenkt, weißt du? Na los, es wird Zeit, euren Obelus abzudrücken. Nein, Monsieur, ich denke, Sie stehen in der falschen Schlange. Es ist auf der Seite. Nein, Einbürgerung, da steht's doch. Ich möchte Algerier werden. Hä? Ich möchte bitte Algerier werden und das auf dem schnellstmöglichen Weg, wenn's geht. Und warum? Tja, warum nicht? Haben Sie irgendwelchen Nagern in Ihrem Land? Ja, kein, überhaupt kein Problem. Aber ich habe entschieden, dass mein Land Algerien sein soll. Du hast also beschlossen, dass Algerien deine Heimat ist, weil du in deiner Heimat Scheiß gebaut hast und jetzt willst du bei uns Scheiß bauen. Wenn Sie mich entschuldigen, Monsieur, gehen Sie sich drüben anstellen. Monsieur? Aber ich liebe dieses Land, Monsieur. Wirklich. Ich liebe Algerien. Schön. Nennen Sie mir einen einzigen triftigen Grund. Ich hab tausend Gründe. Wie der Dichter schon sagte, es gibt kein Land, das ein lieblicheres Exil bietet als die Ufer Algeriens. Ja, genau. Ja. Sie halten mich für völlig bescheuert, was? Und was machen Sie dann in diesem Land? Nein, fragen Sie mich lieber, was ich daraufhin für dieses Land tun kann. Monsieur. Monsieur. Ja, Sie da. Wie heißen Sie, mein Freund? Mokda ist mein Name. Aber alle Welt nennt mich Momo. Momo? Ist doch ein super Name, gefällt mir. Können Sie Pétong spielen, Monsieur Momo? Pétong? Das ist aber schwierig. Nein, das ist ganz einfach. Jackie. Es tut mir leid, Jackie. Wie hast du mich gefunden? Ich bin deiner Spur gefolgt. Du bist der einzige Algerier, der hier wie ein Tourist aussieht. Kennst du den Unterschied zwischen einem Araber und einem Algerier? Nein. Der Araber ist in Frankreich geboren. Hey, Kleiner. Wie heißt du? Äh, Mokda. Aber alle Welt nennt mich Momo. Können Sie Pétong spielen, Monsieur Momo? Das ist aber schwierig, ja? Schwanz ab, wenn er das schafft. Was ist denn das für eine Krumme Tour? Das passiert immer, wenn man nachdenkt. Da hätten wir es wieder, dein verfluchtes Buhl. Hört das nie auf. Ich bin da an einem großen Kuh dran. Ich kenne ein Riesengeschäft. Jackie? Tun Sie die Beine weh? Von vielen Klinken putzen? Ich will im Juni einen internationalen Pétong-Wettkampf organisieren. In Bissi. Das ist ja der große Kuh. Und sie wird kein Champion mehr werden. Ein paar Details ran. Unterbrechen Sie. Ich bringe Ihre Lieferung. Danke. Hier, probieren Sie. Hat meine Mutter zubereitet. Klebt ein bisschen. Na ja, wir alle Mütter. Nein, das Couscous. Was ich dir jetzt beibringen werde, wissen bloß drei, vier Typen in ganz Frankreich. Der Nächste. Oh, Couscous. Unser Freund mag ja aus Nordafrika kommen, aber das ist kein Grund, ihn einfach Couscous zu nennen. Wer ist dafür, dass wir ihn nehmen? Und wie ist das neue Leben, Mokta? Der Ruhm, das Blitzlicht und all das? Was hat denn unser kleiner Promi? Braucht er jetzt Journalisten und Goldenen Sand um Pool zu spielen? Vergesst mich! Sie sind kein Franzose. Sie sind illegal hier. Mumu reist ab. Das ist das Beste für alle. Ich komme wegen Mumu. Das ist nicht mein Problem. Sehr freundlich. Echt toll zu sehen, wie viel Freundschaft Ihnen bedeutet. Wie heißen Sie, mein Freund? Mokta ist mein Name. Aber alle Welt nett nicht, Mumu. Nein, Monsieur, ich denke, Sie stehen in der falschen Schlange. Es ist auf der Seite. Nein, Einbürgerung, da steht's doch. Ich möchte Algerier werden. Ja, juh. Untertitelung des ZDF, 2020